Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns einen kroatischen Sänger an, heißt Marin. Marin verfolge ich schon seit dem Mashup von Maja Berovic Nekasvar, was er mit Alexander Matrix Band gesungen hatte. Seine Stimme gefiel mir sehr, da wurde ich aufmerksam auf ihn. Und heute hat er ein neues Lied rausgebracht, das heißt Salude Ima Provoda und daneben gucken wir uns seine zwei älteren Songs, Cleopatra und Sahara. Ich bin sehr gespannt, was er heute rausgebracht hat, weil die Teaser sahen echt geil aus. Ich bin gespannt. Fangen wir mal an. Ich verstehe leider kein kroatisch, aber ich höre mir gerne Balkan Lieder an. Sein Neonanzug gefällt mir sehr, sieht echt geil aus. So richtig catchy. So mit Choreografie. Cool. Also der Song hat auf jeden Fall was. Ich sehe gerade, der Song ist nur zwei Minuten lang. Ich habe hier seine Instagram Story auch gesehen, sodass er solche Tanz-Choreografien so kurz gezeigt hatte. Cool. Also ich freue mich auch um was es geht in dem Song. Also der Chorus gefällt mir auf jeden Fall. Der ist echt gut. Ich will seinen Anzug haben, ey. Ich stelle mir das voll cool vor, so im Club mit dem Anzug. Marien. Das ist ein cooler Dude, ey. Das Lied ist zu kurz. Das muss noch länger gehen. Das ist schon ein gutes Lied, aber echt kurz, muss ich sagen. Was ist denn das nächste Lied ist? Cleopatra? Da bin ich gespannt. So ein bisschen Summer-Feeling. Wo ist das? Oh. Okay. Der sieht nach Kroatien aus. Aber ich finde hier in dem Song hat der ein bisschen mehr Autotune. Ja, als beim anderen Lied. Ich fand mich echt, welche Stadt das ist. Weil die sieht echt schön aus. Das Lied im Auto knallt bestimmt voll. Das Lied im Auto knallt. Aber der Song hat schon was. Nicht schlecht. Und die Frau im Hintergrund so. Aber ich weiß nicht, ob sie ein bisschen überflüssig wird. Oder vielleicht passt das auch zum Text. Ich weiß das leider nicht. Aber die macht irgendwie zu wenig. Okay, das ist ein nicer Shot. Mit dem Hintergrund. Der sieht so aus. Wie ihr denn hier seid? Ähhhhhhhhh. Dähähähäh. Ja, cool. Nice, nice. Das nächste Song ist Sahara, okay ist sogar zwei Jahre älter, oder noch älter, da bin ich gespannt, Sahara, Wüste, haben die das jetzt, okay das haben die wahrscheinlich nicht im Balkan gedreht, mit einem geilen Wagen, durch die Wüste, Marien Sahara, das Lied habe ich glaube ich kurz auch angehört gehabt. Okay, die Frau ist hübsch. Okay, er ist wahrscheinlich auf der Suche nach ihr, aber okay, das finde ich auch ein nice Einfall, sieht echt cool aus, okay dieser Part gefällt mir. Ey. Ich glaube sogar, ich weiß nicht ob das Dubai ist. Okay, jetzt ist die Musik sogar ein bisschen anders. Was ist das? Was ist das? Das war's wohl. Okay. Ich glaube meine Platzierung wäre sogar so eine Reihenfolge gewesen. Also ich fand aber Salude Ima Provoda, fand ich super. Schönes Lied, hat mir sehr gefallen. So sehr gefallen, wir hören jetzt nochmal an. Ich muss es nochmal anhören. So mit so einem Zupfinstrument. Ich finde sogar, seine Stimme hört sich hier besser an. So im Vergleich zu den anderen beiden wieder. Ich will seinen Anzug immer noch haben. Aber sein Outfit ist hier auch cooler, finde ich. So mit der Jeansjacke. So mit der Jeansjacke. So mit den Choreografien sogar ist ein guter Einfall. Also ich finde auch, von dem Video her hat er sich auch sehr gut gesteigert. Ist echt gut geworden. Und mit der Choreografie, Tanzen und so. Ist super gemacht. Also soll er weiterhin in seinen Musikvideos machen. Gefällt mir gut. Weil das macht nicht jeder Sänger. Weil das macht nicht jeder Sänger. Cool. Einziger Minuspunkt ist echt. Das ist zu kurz. Zu kurz. Ich brauche eine Extended Version. Eine Long Version. Marien, falls du das hörst. Bitte. Spaß. Also. Ähm. Ja. Sogar. Sahara und Cleopatra. 3 Minuten 14. Und das Lied leider nur 2 Minuten 28. Äh. Aber echt cooles Lied gefällt mir. Streamt das Lied. Den Link werde ich darunter verlinken. Und genau. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr die Lieder fandet. Welches euch mehr gefallen hat. Und. Genau. Falls euch die Reaktion gefallen hat. Lasst ein Like da. Abonniert. Falls ihr weitere Videos sehen wollt. Und nicht verpassen wollt. Ja. Dann sage ich. Checkt noch meine anderen Balkan Reactions ab. Also. Gestern habe ich. Äh. Ein Reaktion zu Emina Jahovic hochgeladen. Was auch ein sehr schönes Lied ist. Und. Genau. Dann sage ich mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vidimosel.